Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen einer Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten, O Gott, du hast die Herzen einer Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Lass uns in demselben Geist, das was Recht ist, erkennen und uns seines Trostes alle Zeit erfreuen, durch denselben Christus, unseren Herrn, Amen. Die Grüße zeigst du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Heiliger Papst Pius X, bitte für uns. Heiliger Hieronymus, bitte für uns. Maria mit dem Kindeli, uns allen deinen Segen geben. Amen. Ja, ich habe gesehen, dass diesjährige Jahresmotto der KJB lautet, wenn du die Heilige Schrift liest, dann spricht Gott zu dir. Das ist eine Aussage des heiligen Augustinus und da sind wir eigentlich schon mitten in unserer heutigen Frage, nämlich der Inspiration der Heiligen Schrift. Eine ganz spannende Frage, handelt es sich bei der Heiligen Schrift um das Wort Gottes, um Gottes Wort oder um Menschenwort? Was bedeutet das, wenn Augustinus sagt, dass Gott durch die Schrift spricht? Woher wissen wir, ob die Schrift inspiriert ist? Was heißt Inspiration überhaupt? Darum soll es heute Abend gehen. Wir kennen alle verschiedene Arten der Inspiration. Wenn jemand plötzlich eine gute Idee oder eine Eingebung hat, dann nennen wir das eine Inspiration. Wenn er im Duden mal nachschlagt und da nachschaut, was man unter Inspiration versteht, dann ist dort angegeben, Inspiration ist ein schöpferischer Einfall, ein Gedanke, eine plötzliche Erkenntnis, eine erhellende Idee, die jemanden besonders für eine geistige Tätigkeit weiterführt, eine Erleuchtung oder Eingebung. Wir sehen also, das Wort Inspiration ist sehr breit und kann verschiedene Sachen bedeuten. Man unterscheidet einmal die natürliche Inspiration von der übernatürlichen. Also es gibt verschiedene Arten der natürlichen Inspiration. Das ist auch das, was im allgemeinen Sprachgebrauch jetzt unter Nichtchristen auch üblich ist oder wofür das Wort verwendet wird. Zum Beispiel künstlerische Inspiration, dichterische Inspiration, musikalische Inspiration. Die alten Griechen zum Beispiel, besonders die Poeten, sprachen auch von einer Inspiration durch die Götter, wenn sie ihre Gedichte verfasst haben und ihnen das besonders gut gelungen ist. Sie wussten, dass da irgendwie eine höhere Quelle am Werk war. Doch war das nur eine rein natürliche Sache. Eben zum Beispiel auch die Inspiration eines Erfinders, wenn jemand eine glänzende Idee hat, irgendein Ingenieur, wie man etwas, irgendein Problem lösen kann. Man spricht dann auch von einer Inspiration. Uns geht es aber heute um eine andere, nämlich die übernatürliche Inspiration. Es ist eine gnadenhafte, also eine Einwirkung, eine gnadenhafte Einwirkung durch Gott, eine Einwirkung, die die Natur übersteigt, die natürlichen Kräfte, das, was dem Menschen von Natur aus zukommt. Und darum wird jede übernatürliche Inspiration auch einer göttlichen Person zugeschrieben. Immer wenn es sich um eine übernatürliche Wirkung Gottes handelt, dann sprechen wir davon, dass sie einer besonderen göttlichen Person zukommt, obwohl sie natürlich immer von der ganzen Gottheit gewirkt wird. Es betrifft alle Handlungen Gottes nach außen in seiner Schöpfung. Die übernatürlich sind. Zum Beispiel würde darunter fallen, auch jede Inspiration im weiteren Sinn, das heißt die Erleuchtung durch die Gaben des Heiligen Geistes. Es ist ja tatsächlich so, dass wir alle seit der Taufe die Gaben des Heiligen Geistes empfangen haben und der Heilige Geist tatsächlich uns, ja etwas, uns innerlich führt, uns durch die Gaben auch leitet, sozusagen inspiriert, zum Beispiel die Gabe des Rates, die Gabe der Wissenschaft und so weiter. Besonders sehen wir das auch bei den Heiligen. Die Heiligen, zum Beispiel ein Verfasser der Nachfolge Christi oder eine heilige Theresia von Avila, ein heiliger Augustinus, den wir hier im Bild sehen, ja die waren vom Heiligen Geist inspiriert. Sie waren, sie hatten innere Erleuchtungen und doch ist es noch nicht die Inspiration, um die es uns heute geht. Denn das, was sie geschrieben haben, war ja noch nicht das Wort Gottes. Es waren rein menschliche Verfasser. Ihre Werke sind nur von ihnen. Tatsächlich enthalten sie natürlich besonders tiefe Erkenntnisse, zum Beispiel über das geistliche Leben, über die Wahrheiten des Glaubens. Aber man kann nicht sagen, die Schriften eines Augustinus seien das Wort Gottes. Was ist also der Unterschied? Gibt es da noch eine andere übernatürliche Inspiration? Ja, es gibt eine andere Art, das ist die Prophetie, wo Gott den Menschen direkt etwas mitteilt und der Mensch im Namen Gottes spricht. Das sind die Propheten, besonders im Alten Bund, danach Jesus, die Apostel. Aber was hat das jetzt mit der Inspiration der Heiligen Schrift zu tun? Was macht die Schrift zum Wort Gottes? Gibt es hier noch eine Inspiration irgendeiner anderen Art, bei der Gott übernatürlich so auf den Verfasser einwirkt, dass es wirklich das Wort Gottes ist? Das ist unsere entscheidende und brennende Frage heute. Und wie ihr vielleicht schon ahnen könnt, nicht ganz so leicht, aber sehr spannend. Wir wollen also uns zuerst die Frage stellen über die Tatsache der Inspiration. Woher können wir überhaupt wissen, ob es auf der ganzen Welt irgendeine Schrift gibt, die von Gott eingegeben ist, die Gott zum Autor hat, sodass sie das Wort Gottes ist? Woher wissen wir das? Woher wissen wir, welche Bücher dazugehören? Dass sie wirklich das Wort Gottes sind? Unzulängliche Kriterien, die angegeben wurden, die aufgestellt wurden, sind zum Beispiel das innere Geisteszeugnis beim Lesen. Das war die Theorie Luthers, der alten Protestanten. Wie weiß man von der Inspiration, dass es eine Inspiration gibt, dass eine Schrift inspiriert ist? Luther sagte, ja, wenn man die heiligen Bücher aufschlägt, die Schrift liest, dann gibt einem der heilige Geist direkt innerlich das Zeugnis, dass diese Schrift inspiriert ist. Aber da gibt es einen Haken. Einmal nämlich ist nirgends in der heiligen Schrift diese Lehre ausgesagt, dass der heilige Geist beim Lesen direkt ein solches Zeugnis schenken würde. Außerdem, wenn es tatsächlich ein solches Zeugnis gäbe, dann müsste es untrüglich sein und absolut sicher, dass man zu einer sicheren Erkenntnis kommen kann. Und wenn man die protestantischen Auffassungen anschaut, dann ist eigentlich klar, dass es nicht sein kann, weil die Protestanten selbst ganz unterschiedliche Auffassungen von den inspirierten Büchern haben, sowohl was die Inspiration ist, als auch welche Bücher inspiriert sind. Luther zum Beispiel, er hat einen Teil der alttestamentlichen Bücher, die sogenannten deuterokanologischen Bücher, einfach verworfen, hat sie als nicht inspiriert angesehen. Vom Jakobusbrief zum Beispiel hat er gesagt, es sei eine strohene Epistel. Kein Wunder, weil die Lehren des Jakobusbriefes seiner eigenen Auffassung direkt im Wege standen. Aber er hat sie doch nicht ganz abgelehnt. Er hat ihn nicht ganz abgelehnt, den Jakobusbrief, sondern hat ihn in seiner Schriftausgabe, in seiner Bibelausgabe, in seiner Übersetzung, trotzdem übersetzt und in der Bibel gelassen. Eine strohene Epistel. Von Gott inspiriert oder nicht? Also mit dem inneren Geisteszeugnis beim Lesen scheint es nicht so weit her zu sein. Es ist kein valides Kriterium. Außerdem müsste das Geisteszeugnis ja dann auch jeder haben, der die Bibel aufschlägt und der Heilige Geist jedem direkt eingeben, welche Bücher inspiriert sind und was die Inspiration ist. Und wir alle wissen, dass das nicht der Fall ist. Wir wissen auch, dass wenn ein Ungläubiger die Bibel aufschlägt, er nicht direkt an die Inspiration glaubt und auch ungläubig bleiben kann. Also das Kriterium fällt schon durch. Dann als anderes Kriterium, um die Inspiration zu erkennen, wurde auch versucht, es damit zu begründen, dass es innere Merkmale in der Heiligen Schrift gibt, die eigentlich erkennen lassen, dass die Schrift von Gott stammen muss. Zum Beispiel eine schlichte und doch ganz eindrucksvolle Sprache oder die Erhabenheit des Inhalts, die Wahrheit und Heiligkeit der Aussagen. Aber bei genauerem Hinschauen, gewiss, diese Dinge gibt es, aber sie sind kein untrügliches Zeugnis. Sie geben uns auch noch kein Kriterium, wovon man dann von einer eine inspirierte Schrift von einer nicht direkt inspirierten unterscheiden kann. Weil je nachdem, bei einem Kirchenvater, einem Heiligen Augustinus, findet man diese Kriterien unter Umständen auch. Also man kann allerhöchstens zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit oder Vermutung kommen, dass die Heilige Schrift unter einer höheren Eingebung entstanden ist. Eine andere Begründung, ein anderer Begründungsversuch, der auch unternommen wurde, war, die Inspiration mit der subjektiven Wirkung auf den Leser zu begründen. Was meint das? Das heißt, wenn jemand die Heilige Schrift liest, dann geschieht im Leser eine besondere Auswirkung, eine besondere Bewunderung, ein Trost, eine geistliche Freude, Orientierung, die er erfährt. Ja, diese Dinge sind sicher ab und zu da, gerade weil es ja die Heilige Schrift ist. Wenn es das Wort Gottes ist, ist es auch ganz selbstverständlich. Aber wieder umgekehrt, sicher zurückschließend darauf, dass eine Schrift inspiriert ist, wirklich von Gott stammt, kann man daraus nicht. Bei einer anderen Schrift, wie zum Beispiel der Nachfolge Christi, kann das genauso da sein. Einen besonderen inneren Trost, eine Nahrung für das geistliche Leben und so weiter. Und der Heilige Geist, der kann sich auch dieser anderen Schriften bedienen, um Bewegungen in der Seele hervorzurufen, uns zu heiligen. Man kann also nicht direkt daraus wissen, ob das im eigentlichen Sinn schon Wort Gottes ist. Und deshalb gibt es nur ein valides Kriterium, das ist die göttliche Offenbarung. Die Inspiration, wenn also Gott Schriften inspiriert hat, dann ist das eine übernatürliche Tatsache. Und eine solche Tatsache können wir nicht durch eine natürliche Erkenntnis, einen natürlichen Zugang erkennen. Weil die Inspiration ja allein vom Willen Gottes abhängt. Gott allein entscheidet, ob und welche Schrift er inspiriert hat. Und deshalb muss Gott es mitteilen, wenn er es getan hat. Deshalb genügen die angeführten Beweggründe, die ja auf einer natürlichen Erkenntnis beruhen, nicht. Wir brauchen ein Zeugnis von Seiten Gottes über die Tatsache der Inspiration. Nur Gott kann uns mit Sicherheit diese einhauchende Tätigkeit bestätigen. Das haben wir gerade gesehen. Wenn das so ist, dann muss Gott es also mitgeteilt haben, und zwar durch die Offenbarung. Die Offenbarung, die Mitteilung göttlicher Wahrheiten, übernatürlicher Wahrheiten, die durch die Propheten, Christus und die Apostel geschehen ist. Also müssen wir auch dort nachforschen. Sehr interessant ist es jetzt, wenn wir in der Schrift selber schauen, was sagt oder was für Stellen finden sich in der Heiligen Schrift zum Thema der Inspiration? Was lehrten Jesus und die Apostel? Eine kurze Vorbemerkung hierzu. Wir machen jetzt keinen Zirkelschluss. Also wir nehmen die Heilige Schrift jetzt nicht schon als inspiriert, denn das müssen wir ja erst nachweisen, sondern wir nehmen die Heilige Schrift als glaubwürdige Geschichtsquelle. Also die Heilige Schrift, die uns sagt, was Jesus und die Apostel gelehrt und gemeint haben. Wir stellen uns dabei aber sehr wohl schon auf den Standpunkt des Glaubens, der bereits erkannt hat, dass die christliche Offenbarung Gott zum Urheber hat. Also dass die christliche Offenbarung von Gott kommt. Das heißt, wenn Jesus und die Apostel etwas in der Richtung lehren, dann wissen wir, dass es von Gott kommt. Und tatsächlich gibt es in der Heiligen Schrift sehr interessante Stellen. Einmal in Bezug auf das Alte Testament. Also das sind jetzt Stellen aus dem Neuen Testament, wo vom Alten Testament gesprochen wird. Und wie wird von diesen Schriften des Alten Testamentes gesprochen? Einmal spricht Jesus von den Schriften des Alten Testamentes als dem Wort Gottes. Also Jesus selbst benutzt diesen Ausdruck, nämlich als er den Pharisäern vorhält. Ihr aber sagt, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, was ich dir zukommen lassen sollte, ist Korban, das heißt Opfergabe, dann lasst ihr ihm für Vater und Mutter nichts mehr tun. Damit setzt ihr durch eure Überlieferung Gottes Wort außer Kraft. Und dergleichen tut ihr noch vieles. Also die Pharisäer setzen durch ihre eigene Überlieferung das Wort Gottes außer Kraft. Jesus nimmt Bezug auf eine Stelle im Alten Testament. Eine weitere sehr schöne Stelle ist, wo der Heiland sagt, dass David im Heiligen Geist den Psalm 109 gesprochen hat. Markus 12 David sagt doch selbst im Heiligen Geist, Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde als Schemel dir zu Füßen lege. Das ist dieser Psalm 109, der auf David zurückgeht. Und der Heiland sagt, dass David ihn im Heiligen Geist spricht. Was auch sehr auffällig ist, dass Jesus selbst den alttestamentlichen Schriften eine Autorität beilegt, die göttlich ist, die auf der gleichen Stufe steht wie die Autorität seines Vaters. Das, was in der Schrift geschrieben steht, ist für den Heiland gleichbedeutend mit dem Willen des Vaters. Zum Beispiel Hebräer 10 oder Heilige Paulus sagt von Christus, darum sagt er bei seinem Eintritt in die Welt, Schlachten und Speiseopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir geschaffen. An Brand und Sühnopfern hast du kein Wohlgefallen gehabt. Da sagte ich, siehe, ich komme, wie in der Buchrolle von mir geschrieben steht, deinen Willen, oh Gott, zu erfüllen. Also er nimmt Bezug auf die Buchrolle, in der geschrieben steht, von ihm den Willen Gottes zu erfüllen. Und in der Folge, man findet das ganz oft im Evangelium, betont der Heiland immer wieder, dass die Schriften sich erfüllen müssen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht festgenommen, aber das ist geschehen, damit die Schriften erfüllt werden. Es ist, wir sehen, es ist für den Heiland gleichbedeutend mit dem Willen Gottes. Er sagt auch, dass die Schrift Zeugnis von ihm gibt. Er durchforscht die Schriften, weil er meint, in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die Zeugnis geben über mich, Johannes 5, 39. Das impliziert auch eine höhere Quelle, denn ein rein menschlicher Verfasser, rein menschliche Autoren, wie hätten sie Jahrhunderte vorher über Jesus Christus etwas wissen können und Zeugnis geben können. Die Schriften selbst sind es, die Zeugnis geben über mich. Und im ganz Neuen Testament taucht oft dieser Ausdruck die Schrift oder die Schriften auf. Auch der Ausdruck, es steht geschrieben. Und wir sehen, dass dieser Schrift göttlicher Autorität beigelegt wird. Sogar ist Schrift und Gott teilweise auswechselbar. Es wird manchmal von etwas, das Gott eigentlich gesagt hat, der Schrift zu geschrieben und was die Schrift sagt, Gott zu geschrieben. Ein Beispiel ist der heilige Paulus im Römerbrief, denn es sagt die Schrift zu Pharao, gerade dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Kraft zeige und mein Name verkündet werde auf der ganzen Erde. Im neunten Kapitel. Eigentlich, es bezieht sich auch auf eine alttestamentliche Stelle, spricht dort im Alten Testament Gott. Gott wird diese Aussage zugeschrieben und von ihm wird sie berichtet. Und der Römerbrief, der heilige Paulus, sagt dann, die Schrift sagt zu Pharao. Also die Schrift wird als Reden eingeführt. Wir sehen hier, welchen Stellenwert der Schrift zuerkannt wird. Dann gibt es aber bei den Aposteln, einmal bei Paulus und das andere Mal bei Petrus, noch zwei Stellen, die die deutlichsten sind. Das ist einmal zwei Timotheus 3,16. Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch dienlich zur Belehrung, zur Beweisführung. Den Ausdruck, den der heilige Paulus hier verwendet, ist im griechischen Theopneustos. Die Vulgator übersetzt das mit Divinitus Inspirata, wörtlich heißt das Gottgehauch. Jede von Gott, jede gottgehauchte Schrift, wörtlich übersetzt. Also hier ist direkt die Inspiration ausgesagt. Eine Schrift, die von Gott gehaucht ist. Der heilige Petrus in seinem zweiten Brief, nicht durch eines Menschenwillen wurde eine prophetische Aussage hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, sprachen von Gott her heilige Menschen. Hypopneumatus Hagio Feromenoi Elalesan Apoteo Anthropoi Also vom Heiligen Geist getrieben, Feromenoi. Die Vulgator übersetzt Aspiritus Sancto Inspirati. Wir sehen hier, wir haben in der Heiligen Schrift selbst klar die Idee der Inspiration und auch das Wort geht eigentlich auf diese Stellen zurück, dass wir von der Inspiration der Schrift sprechen. Jetzt nochmal genauer zur zweiten Stelle, da könnte man ja einwenden, Petrus er spricht ja nicht direkt jetzt unbedingt von den heiligen Schriftstellern. Er spricht von einer prophetischen Aussage. Nicht durch einen Menschenwillen wurde eine prophetische Aussage hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben sprachen von Gott her heilige Menschen. Also zuerst scheint das die Propheten des alten Bundes zu betreffen. Wir müssen da eine Stelle dazu nehmen, wo Petrus das aber ganz klar zeigt, dass er damit auch die schriftliche Mitteilung unter dem Sprechen mitversteht. Das ist als die Apostel im Abendmahl versammelt sind und den Matthias wählen, da sagt Petrus, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas voraus gesagt hat. Es steht nämlich im Buch der Psalmen geschrieben. Also hier sehen wir wie Petrus das gemeint hat. Die Schrift muss erfüllt werden, die Schrift, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat. Also in der Schrift spricht der Heilige Geist durch den Mund von Menschen. Haben wir hier ganz deutlich. Das war jetzt Zeugnisse in Bezug auf das Alte Testament. Zeugnisse in Bezug auf das Neue Testament gibt es auch, nämlich Petrus er spricht über die Briefe des heiligen Paulus. Wir kennen ja den Corpus Paulinum, diese vielen Briefe, die der heilige Paulus geschrieben hat. Und da sagt Petrus, so hat auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm verlierenden Weisheit euch geschrieben, wie auch in allen Briefen, in denen er davon spricht. Manches ist ihnen schwer verständlich, was Ungewissene und Ungefestigte verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Das Interessante hier ist, dass Petrus die Briefe des heiligen Paulus auf dieselbe Ebene stellt, wie auch die übrigen Schriften. Also für ihn haben sie gleichen Stellenwert. Das ist ein Zeugnis, ein implizites Zeugnis, dass er diese Briefe auch für inspiriert gehalten hat. Wir haben dann noch eine Stelle, diesmal vom heiligen Paulus im ersten Timotheus, Brief fünftes Kapitel. Dort schreibt Paulus, denn die Schrift sagt, dem dreschenden Ochsen sollst du das Maul nicht verbinden und ferner der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also, was ist das Entscheidende? Paulus, er nimmt hier zwei Stellen und zwar eine Stelle aus Deuteronomium 25, dem dreschenden Ochsen sollst du das Maul nicht verbinden und die zweite Stelle ist eine Stelle aus dem Lukas Evangelium, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und Paulus sagt beides, beide Male, das sagt die Schrift. Das bedeutet, das Lukas Evangelium gehört für ihn zur Schrift, ist damit inspiriert. Von Gott gehaucht, wie wir es aus den anderen Stellen gesehen haben. Also aus diesem Befund des Neuen Testamentes können wir ein Fazit ziehen. Es gibt Zeugnisse für die Inspiration der Schriften, aber manchmal sind sie nicht so ausdrücklich. Eventuell sie sind manchmal nicht absolut ganz zwingend. Eventuell könnte man sie vielleicht auch eines verstehen. Vor allem sie vermitteln noch keine vollständige Kenntnis der Inspiration. Haben wir noch nicht daraus. Vor allem auch keine vollständige Kenntnis, welche Schriften alle inspiriert sind. Besonders jetzt die vom Neuen Testament, aber auch vom Alten Testament. In der Heiligen Schrift ist nirgends ein sogenannter Kanon angegeben, also eine Liste, wo alle inspirierten Bücher aufgelistet wären, sodass man wüsste, ja, das und jenes Buch, das gehört zur Heiligen Schrift. Insbesondere auch beim Neuen Testament. Der Hebräer Brief oder der Jakobus Brief oder ja, was ist da mit der Inspiration? Woher können wir welche Schriften jetzt dazugehören und welche nicht? Also aus der Heiligen Schrift können wir es nicht wissen. Wir sind daher auf das Zeugnis der mündlichen Überlieferung angewiesen. Und wir sehen hier einmal sehr schön, dass dieses protestantische Sola Scriptura Prinzip nicht einmal genügt, um die Schrift zu begründen, um überhaupt zu wissen, was die Schrift ist oder was zur Schrift gehört. Es gibt nur eine Heilige Schrift, weil sie uns auch durch das Zeugnis der mündlichen Überlieferung bezeugt wird. Das bedeutet das, was die Apostel mündlich weitergegeben haben. Es ist die zweite Offenbarungsquelle die Tradition. Was in der Kirche immer als zu glauben gelehrt worden ist, in allen Teilkirchen, das muss auf die Apostel zurückgehen und ist daher auch geoffenbarte Wahrheit. Man spricht da vom einmütigen Konsens der Kirchenväter. Kirchenväter sind die bedeutenden Lehrer in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte. Wenn diese einmütig eine Wahrheit als zum Glauben gehörig bezeugen, obwohl sie eigentlich nicht so ausdrücklich in der Heiligen Schrift steht, dann muss das den Grund haben, dass diese Wahrheit von den Aposteln schon gelehrt wurde. Das ist die mündliche Überlieferung. Wir sehen also, ohne die Kirche gibt es keine Heilige Schrift. Der heilige Augustinus, er sagt einmal sehr schön, ich würde dem Evangelium nicht glauben, wenn mich nicht das Ansehen der katholischen Kirche dazu bewegen würde. Gut, gehen wir also zum Zeugnis der Tradition. Hier sehen wir schon einige Kirchenväter, es gibt da ganz 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 viele Stellen, die kann ich jetzt nicht alle aufführen, man sieht aber, dass die Kirchenväter von Anfang an den Spuren Jesu und der Apostel gefolgt sind, diese Lehre, die wir in der Heiligen Schrift schon finden, weitergeführt haben, und dass um das Ende des zweiten Jahrhunderts schon eine feste Sammlung von apostolischen Schriften besteht, die dem Alten Testament gleichwertig zur Seite gestellt wird, also von Anfang an. Clemens von Rom, er schreibt einen Brief an die Korinther, er ist gestorben um das Jahrhundert, er war der dritte Nachfolger des Heiligen Petrus als Papst in Rom und dort in diesem Brief sagt er von den Schriften, sie sind durch den Heiligen Geist, also schon ein ganz ausdrückliches Zeugnis, dann Irenaeus gestorben und 200 die Schriften sind vollkommen, weil sie vom Wort Gottes und dem Heiligen Geist diktiert sind. Origenes er sagt, dass es ein Gegenstand der öffentlichen kirchlichen Verkündigung ist, dass die Heiligen Schriften durch den Heiligen Geist geschrieben wurden. Also dieses Zeugnis ist besonders stark, weil Origenes nicht einfach eine Lehre oder eine Meinung vertritt, sondern er sagt, die Kirche verkündet das öffentlich. Sie verkündet es als zum Glauben gehörig, dass die Heiligen Schriften durch den Heiligen Geist geschrieben wurden. Und es ist ein ziemlich frühes Zeugnis auch noch. Augustinus, er hat wieder eine sehr schöne Formulierung, er sagt, die Schriften sind ein Brief, der uns von unserer himmlischen Heimat zugekommen ist. Die Väter, sie sprechen, also sie sagen nicht nur, dass die Schriften vom Heiligen Geist sind, sondern sie bezeichnen diese Einwirkung Gottes auch ausdrücklich als Inspiration. Origenes, er sagt von der gottgehauchten Schrift, also er nimmt Bezug auf diese Stelle im Neuen Testament, sie sei durch die höchste Sorgfalt des Heiligen Geistes bis zum einzelnen Buchstaben von Gottes Weisheit erfüllt. Alles, was durch Einhauchung des Heiligen Geistes aufgeschrieben sei, gewissermaßen jeder Buchstabe trage die Spuren dieser übermenschlichen Weisheit. Ganz wunderbar. Er spricht von der Einhauchung des Heiligen Geistes. Brinko von Nüsser auch, was immer die göttliche Schrift sagt, sind Worte des Heiligen Geistes. Durch die Kraft des Geistes werden diejenigen unter den Heiligen inspiriert, die von Gott getrieben werden. Wir erinnern uns wieder an die Stelle im Neuen Testament, wo es ausdrücklich heißt, die von Gott getrieben sind, die Schriftsteller. Und deswegen heißt jede Schrift von Gott inspiriert, sagt er, weil sie eine Lehre der göttlichen Einhauchung ist. Die Väter, sie müssten sich auch sehr früh gegen die Manichäer wenden. Mani, das war ein Irrlehrer, der lebte von 216 bis 274 oder 277. Er vertrat einen Dualismus. Was bedeutet das? Ein Dualismus, das heißt, er nahm einen bösen Gott und einen guten Gott an. Ein böses Urprinzip und ein gutes Urprinzip. Und er sagte nun, das alte Testament, es würde auf den bösen Gott zurückgehen, der gerechte, der rächende und während der gute und liebende Gott, er sei der Urheber des Neuen Testamentes. Und gegen diesen Angriff wenden sich die Kirchenväter mit ganzer Entschiedenheit und betonen, so zum Beispiel der heilige Cyril von Jerusalem, nicht der eine Geist im Gesetz und in den Propheten und ein anderer in dem Evangelium und in den Aposteln gewesen sei. Er sagt, dass nicht der eine Geist im Gesetz und Propheten und ein anderer in Evangelium und Aposteln gewesen sei. Dass es vielmehr ein und derselbe Geist sei, welcher im Alten und Neuen Testament die göttliche Schrift diktiert hat. Und es kam dann sehr bald zu dieser altkirchlichen Glaubensformel, die man auch dann in ganz vielen Bekenntnissen findet, ein und dasselbe Gott ist Urheber oder Verfasser im lateinischen Auktor beider Testamente. In diesem Glauben hat dann die Kirche auch immer gelehrt. Das Konzil von Florenz im 15. Jahrhundert nimmt genau diese Wendung auf, denn unter Eingebung des selben Heiligen Geistes haben die Heiligen beider Testamente deren Bücher die Kirche annimmt und verirgt gesprochen. Und dann schließlich das erste Vatikanische Konzil hat bezüglich der Inspiration dann das endgültige Wort gesprochen auch unter Zurückweisung von falschen Auffassungen. Die Kirche hält die Bücher des Alben und des Neuen Testamentes für heilig und kanonisch nicht deshalb, weil sie durch ein menschliches Bemühen zustande gekommen und hernach durch ihre, also der Kirche Autorität bestätigt worden wären, noch deshalb, weil sie die Offenbarung irrtumslos enthielten, sondern darum, weil sie unter der Einhaufung des heiligen Geistes geschrieben, Gott zum Urheber haben und als solche der Kirche übergeben worden sind. Und der dazugehörige Kanon 4, das ist ein Druckfehler, Kanon muss das heißen, der dazugehörige Kanon 4 sagt dann, wenn jemand die Bücher der Heiligen Schrift vollständig mit allen ihren Teilen, wie sie die heilige Kirchenversammlung von Trient aufgezählt hat, als heilige und kanonische nicht annimmt oder leugnet, sie seien von Gott inspiriert, der sei im Bannen. Also, was folgt daraus? Es ist eine Glaubenswahrheit, die von Gott geoffenbart ist und von der Kirche unfähbar gelehrt wird, dass Gott der Urheber und Verfasser der Heiligen Schrift durch die Inspiration ist. sind praktisch zwei Wahrheiten, einmal Gott ist der Urheber und dies dadurch, dass er die Schriftsteller, die menschlichen Schriftsteller inspiriert hat. Kommen wir noch kurz zu irrtümlichen Auffassungen der Inspiration. Einmal die Modernisten, sie sagen, die Inspiration sei nur ein innerer Antrieb, religiöse Erfahrungen mitzuteilen. Also, wenn jemand eine besonders außergewöhnliche religiöse Erfahrung gemacht hat, dann fühlt er sich gedrängt, diese in Wort und Schrift auszudrücken. Die Modernisten erklären die Inspiration also auf eine rein natürliche Weise, mehr oder weniger. So sagt es nämlich Pius X in Paschendi. Diese Enzyklika Paschendi hat ja Pius X die modernistischen Ansichten dargelegt und dort heißt es, Zitat, hier drängt sich die Frage der Inspiration auf. Antwort, die die Modernisten geben, ist gemeint, sie unterscheidet sich höchstens durch ihre Stärke von dem allgemeinen Antrieb, welcher den Gläubigen drängt, seinen Glauben in Wort oder Schrift auszusprechen. Ähnliches liegt bei der poetischen Inspiration vor. Und so konnte der Lichter sagen, es wohnt ein Gott in uns, von seinem Hauch wird die Begeisterung wach. Gerade so ist der Ursprung der Schrift Inspiration in Gott zu suchen. Es handelt sich um reines Menschenwerk, von Menschen für Menschen geschrieben, wenn auch der Theologe im Sinne der Immanenz es für göttlich halten mag. So bleibt allerdings der Modernist bei einer allgemeinen Inspiration der Heiligen Schrift, aber von einer Inspiration im katholischen Sinn lässt er nichts übrig. So eine Schrift keinen Irrtum enthält und oder dass sie von der Kirche in den Kanon der Heiligen Schriften aufgenommen worden ist. Diese Auffassung vertrat ein katholischer Theologe im ersten Vatikanischen Konzil haben wir gesehen, ist diese Auffassung zurückgewiesen worden. Denn wenn es tatsächlich so wäre, wäre bei der Abfassung der Heiligen Geister gar nicht beteiligt gewesen. Es gäbe eigentlich gar keine Inspiration. Die Inspiration ist auch nicht ein bloßer Beistand Gottes, der einfach jeden Irrtum des menschlichen Autors verhüte. Ein Bischof bei der Diskussion auf dem ersten Vatikanischen Konzil über dieses Thema, der sagt es sehr zutreffend, wenn das so wäre, dann wäre ja jedes Dogma, jeder unfählbare Kanon eines Konzils, jede Kathedral Entscheidung eines Papstes wäre wort inspirierte Schrift. Das ist aber nicht der Fall. Gewiss, auch bei der Schriftinspiration verhütet der Heiligen Geist jeden Irrtum, aber das allein genügt noch nicht, dass eine Schrift im eigentlichen Sinn Wort Gottes ist. In allen diesen Fällen wäre nämlich Gott nicht der Urheber der Schrift. Sie wäre nicht wirklich das Wort Gottes. Und deshalb entsprechen diese Auffassungen schon nicht dem uralten Glauben der Kirche. Kommen wir zur Schlussfolgerung dieses ersten Teiles. Wenn du die Heilige Schrift liest, dann spricht Gott zu dir. Das stimmt also wirklich, weil Gott der Urheber, der Verfasser der Heiligen Schrift ist. Jetzt warten aber noch ein paar ganz spannende Fragen auf uns. Was ist das Wesen der Inspiration genau? Welchen Anteil hat der menschliche Verfasser? Wie funktioniert das Zusammenwirken des Heiligen Geistes mit dem menschlichen Verfasser? Auch der menschliche Autor ist nämlich ein wahrer Verfasser. Zum Beispiel die einzelnen Bücher, sie werden ja bestimmten Autoren zugeschrieben. Petrus sagt, dass diese Briefe, von denen er spricht, vom Heiligen Paulus stammen, das Paulus sie geschrieben hat. Die gesamte Tradition sagt, dass es ein Evangelium gibt, Lukas geschrieben hat, eines, das Matthäus geschrieben hat. Es gibt menschliche Autoren. Und wir sehen auch in den verschiedenen Büchern, dass jeder Autor nach seiner eigenen Veranlagung, seinem eigenen Charakter und seinem eigenen Stil schreibt. Hallo? Ich habe nur Ihr Bild beendet, weil die PowerPoint immer hängt, dann geht es vielleicht ein bisschen flüssiger. So, funktioniert das nicht so gut? Sollen wir ohne PowerPoint weitermachen? Sie können gerne die PowerPoint benutzen, aber dann sieht man nur Ihr Bild nicht. Ah, das macht nichts. Dann muss ich jetzt aber wieder einen Moment. Einen Moment. Tut mir leid, ich muss gerade wieder zur Stelle. Und jetzt? Man sieht es noch nicht, oder? Nein. Frei geben. Jetzt müsste es gleich kommen. Ja, ist da. Schön. Ja, es tut mir leid, es kann gut sein, dass die Internetverbindung hier nicht so gut ist, habe ich zumindest gehört. Also, wir machen weiter. Wir haben gesehen, die menschlichen Verfasser, sie schreiben nach ihrem eigenen Stil. Zum Beispiel, wenn man die Evangelien vergleicht, ein heiliger Johannes, er schreibt in einem ganz anderen Stil als die Synoptika, sodass man von der Wortwahl, von der Ausdrucksweise, man hat da wirklich einen Unterschied. Oder selbst auch unter den Synoptikern, also die Synoptika, das sind Matthäus, Markus, Lukas, man nennt diese drei Evangelisten die Synoptika, auch dort findet man Unterschiede in der Ausdrucksweise, die sich besonders zeigend bei Parallelstellen, also wo dasselbe Ereignis gerichtet wird, aber doch in einer ganz leicht veränderten Ausdrucksweise, zum Beispiel Markus, er berichtet meistens lebendiger, Markus hat dann viel mehr Adjektive drin, und ja, da ist viel lebendiger als jetzt zum Beispiel ein Matthäus, der eher knapp formuliert, knapp und sachlich. Also man sieht, es gibt da Unterschiede. Die Schriftsteller, sie haben auch im Vollbesitz alle ihrer geistigen Vermögen aus freien Stücken ihre Werke abgefasst. Da gibt es mehrere Zeugnisse, die wir gleich noch sehen werden. Manchmal war auch der Grund zu schreiben an ein zufälliges Ereignis gebunden. Also das, warum jetzt Paulus den Brief an Philemon schreibt, das hat einen ganz konkreten geschichtlichen Hintergrund, nämlich weil er diesen entlaufenen Sklaven Onesimus wieder an Philemon zurückschickt und ihm da einen Begleitbrief mitgibt. Sie sagen auch, dass sie teilweise mühevolle Recherchen unternehmen müssen. Das ist ja sehr schön, sehr gibt sehr guten Einblick, was es so einen Schriftsteller auch gekostet hat, ein Buch zu schreiben. Das ist nämlich ein zweiten Makabäer-Buch und dort macht der Verfasser eine Vorrede und er sagt, wir wollen versuchen, das alles in einem Buch kurz zusammenzufassen, also in Bezug auf andere Werke, die er in einem Buch zusammenfassen will. So waren wir darauf bedacht, den Lesefreunden eine angenehme Unterhaltung, den Studierenden eine Stütze des Gedächtnisses, kurz allen Lesern einen Nutzen zu verschaffen. Freilich war für uns der Auszug, den wir gemacht haben, nichts leichtes, sondern eine Arbeit, die Schweiß und Nachtwachen kostete. Also ein heiliger Schriftsteller zu sein, das war mitunter ziemlich anstrengend. Lukas auch, er spricht von seiner Motivation, wie er dazu gekommen ist, jetzt das Lukas-Evangelium zu schreiben. Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über die Begebenheiten abzufassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie es uns die ursprünglichen Augenzeugen und Diener des Wortes überliefert haben. Auch ich habe mich entschlossen, allen Ereignissen von Anfang an sorgsam nachzugehen und sie für dich, Edler Theophilus, der Reihe nach niederzuschreiben, damit du dich von der Zuverlässigkeit der Lehren überzeugen kannst, in denen du unterrichtet worden bist. Also Lukas, er ist allen Ereignissen sorgsam nachgegangen, hat wahrscheinlich befragt, er war ja selbst nicht dabei, er wurde dann erst später vom heiligen Paulus bekehrt, ein Schüler des heiligen Paulus, ja und da stellt sich uns jetzt die große Frage, wie kann das sein? Diese Schriftsteller, sie sprechen ja so, wie ein ganz gewöhnlicher, normaler, menschlicher Schriftsteller sprechen würde, wenn er ein Werk verfasst. Wie geht da das Zusammenwirken von Gott und Mensch? Der Schlüssel zum Verständnis ist, dass Gott der Haupturheber ist, der auctor principalis, wie Thomas sagt, der Mensch aber nur ein Werkzeug. Diese Zusammenarbeit, dieses Zusammenwirken des Heiligen Geistes mit dem menschlichen Verfasser war nicht eine beigeordnete Zusammenarbeit, so wie wenn zum Beispiel zwei Männer einen schweren Stein heben, jeder seine eigene Tätigkeit tut, beide helfen am gleichen Werk mit, aber der eine handelt nicht in der Abhängigkeit vom anderen. Bei Gott und den Menschen gab es aber diese Abhängigkeit. Gott hat die Tätigkeit des Menschen ganz seinem Wirken untergeordnet. Gott inspirierte, der Mensch war in seiner ganzen Tätigkeit von Gott inspiriert. Gott schrieb nicht unmittelbar selbst, sondern durch die Vermittlung eines Menschen und dieser Mensch schrieb nicht von sich selbst, sondern auf den Antrieb Gottes hin. Und das ist eben wie ein Künstler sein Werkzeug benutzt. Und diesen Vergleich bringen schon die Kirchenväter. Geophilus von Antiochien zum Beispiel so spricht Moses oder vielmehr der Logos Gottes durch ihn wie durch ein Instrument. Kirchenväter vergleichen den Heiligen oder nennen den Heiligen Schriftsteller als Instrument Gottes. Adenagoras die unter der Mitwirkung des Heiligen Geistes was ihnen eingegeben wurde verkündeten wobei sich der Geist ihrer bediente wie wenn ein Flötenspieler die Flöte bläst. Oder Hieronymus alles was die Hagiografen sagen sind Worte des Herrn und nicht die ihrigen und was er durch ihren Mund spricht hat der Herr wie durch ein Werkzeug gesprochen. Also der Heilige Schriftsteller ist Organ. Der heilige Augustinus er bringt es wieder sehr schön mit einem Bild ganz anschaulich zum Ausdruck Die Evangelisten sind gewissermaßen die Hände Christi sagt er Es ist nichts anders als ob man die Hand die er am eigenen Leib trug schreiben sähe Und Gregor der Große Der menschliche Verfasser ist wie eine Schreibfeder deren sich der Heilige Geist bedient Denn dieser ist es in Wahrheit der schreibt indem er zu schreiben befiehlt Er ist es der schreibt indem er bei dieser Arbeit der inspirierende ist Die Schreibfeder verwendet schon Gregor der Große Dieser Ausdruck vom Werkzeug oder vom Flötenspieler der die Flöte bläst auch der Ausdruck von der Schreibfeder Er Er könnte nun zu einem Missverständnis führen hat es auch teilweise nämlich zu einer zu engen Auffassung der Unterordnung des menschlichen Verfassers Also der menschliche Autor hätte nur das niedergeschrieben was ihm der Heilige Geist Wort für Wort diktiert hätte entweder äußerlich wahrnehmbar oder einfach innerlich in der Einbildungskraft Der Heilige Geist hat diktiert und der menschliche Verfasser hat einfach nur aufgeschrieben Dann wäre aber der Verfasser nur Schreiber nicht wirklich Verfasser Ein solches Beispiel haben wir auch beim Römerbrief Dort gibt es nämlich einen Verfasser und einen Schreiber Paulus sagt selbst im Römerbrief dass Tertius ihn geschrieben hat und Paulus ihn diktiert hat und wer ist nun der Verfasser natürlich nicht Tertius sondern Paulus Tertius ist nur der Schreiber oder auch Thomas der Heilige Thomas von Aquin der bekanntlich seine Werke Schreiber diktiert hat er ist selbst der Verfasser der Summe nicht sein Schreiber also die Hagiografen waren nicht nur Schreiber sondern sie waren wirkliche Verfasser der Heilige Geist hat ihnen nicht einfach alles Wort für Wort vorgesagt nun um das gut zu verstehen müssen wir uns vor Augen führen dass jedes Werkzeug eine doppelte Tätigkeit hat nämlich eine die ihm eigen ist und eine instrumentelle Tätigkeit was ist jetzt damit gemeint die eigene Tätigkeit das ist die Tätigkeit die das Werkzeug aus sich selbst kann und eine solche Tätigkeit über ein Werkzeug auch dann noch aus wenn es versehentlich gebraucht wird zum Beispiel ein Pinsel oder ein Füller der auf einem Schreibtisch schlägt dann herunterrollt und einen furchtbaren Farb oder Tintenfleck auf dem Teppichboden hinterlässt das ist eine eigene Tätigkeit des Füllers oder Pinsels gleichzeitig kann er aber für eine höhere Tätigkeit in Dienst genommen werden das ist die instrumentelle Tätigkeit zur Eigentätigkeit kommt also die Tätigkeit der Hauptursache dazu so wie jemand der den Füller nimmt und jetzt einen Brief schreibt oder ein Maler der einen Pinsel nimmt und ein wunderschönes Bild malt und gerade da kommt jetzt der entscheidende Punkt zur Lösung zum richtigen Verständnis es ist im Grunde nur eine Tätigkeit aber unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten zum Beispiel ein Dichter der mit einem Füller sein Gedicht schreibt auf einem Papier das Gedicht auf dem Papier es kommt es ist nur eine einzige Tätigkeit von beiden vom Schreiber und vom Füller aber es hat zwei verschiedene Gesichtspunkte beide wirken mit der Füller indem er die Tinte ausfließen lässt und der Schreiber indem er den Füller führt die ganze Wirkung stammt also von beiden aber in der Wirkung ist sehr wohl sowohl die Eigenart des Hauptwirkenden erkennbar wie auch die Eigenart des Werkzeugs zum Beispiel es ist ein Unterschied ob der Pinsel in der Hand eines Michelangelo liegt oder in der Hand eines kleinen Kindes wenn ein Michelangelo mit einem Pinsel eine Mona Lisa auf die Leinwand zaubert und ein Kind mit dem gleichen Pinsel eine schöne Landschaft malt dann sieht man einen riesigen Unterschied das Werkzeug war das Gleiche man erkennt also wer der Hauptwirkende war aus also in der Wirkung ist wirklich etwas vom Hauptwirkenden genau die sogar das Hauptsächliche aber in der Wirkung erkennt man auch die Eigenart des Werkzeuges die wird nicht aufgehoben sondern sie wird im Dienst genommen zum Beispiel auf einem alten Papyrus kann man genau untersuchen welcher Stoff für die Tinte verwendet wurde mit was da auf dem Papyrus geschrieben wurde man sieht auf dem Papyrus auch welche Feder man sieht die Kratzspuren der Feder ja und auch wenn ihr wahrscheinlich jetzt wie in den vergangenen Wochen mal öfters eine Weihnachtskarte erhalten habe dann sieht man ob die mit einem Füller oder mit einem Kugelschreiber geschrieben wurde also beides sowohl die Haupttätigkeit als auch die eigene Tätigkeit des Werkzeugs ist in der Wirkung vollkommen enthalten das Resultat ist eins und unteilbar aber es hat zwei Gesichter es stammt als Ganzes von jedem der beiden zugleich und genau so ist es jetzt bei der Abfassung der Heiligen Schrift der Heilige Thomas erklärt das ja schon der Heilige Geist ist der Urheber der Mensch das Werkzeug Thomas übernimmt genau das und wendet das jetzt an es gibt natürlich einen Unterschied der Mensch er ist ein beseeltes und vernünftiges Werkzeug jedes andere Werkzeug das wir gebrauchen es ist es ist ja es hat ja keine eigene Freiheit und deshalb ist das also darf man das nicht mechanisch verstehen Gott nimmt den Menschen nicht mechanisch in Dienst wie wir jetzt ein Werkzeug sondern er nimmt ihn frei in seinen Dienst durch die Inspiration erhält der Mensch nämlich eine vorübergehende göttliche Kraft mitgeteilt die ihn von innen her bewegt also Thomas sagt die Inspiration ist eine gewisse Kraft oder Eingebung von Gott die die Herzen erleuchtet und berührt ja so wie ein Füllfeder eine größere Kraft mitgeteilt bekommt wenn er von der Hand geführt wird diese Inspirationsgnade erleuchtet den Verstand sodass der Verstand in diesem Licht urteilt was und worüber er schreiben soll und wie er den Gegenstand darstellen soll und hier sehen wir dass die Inspirationsgnade verschieden ist von einer Offenbarung denn diese Erleuchtung des Verstandes sie muss nicht notwendigerweise mit einer neuen Offenbarung einher gehen also Lukas als er sein Evangelium geschrieben hat er ist ja allem nachgegangen was da geschehen ist ihm musste Gott nicht unbedingt direkt etwas offenbaren was er berichten soll auch wenn er selber nicht dabei gewesen ist er kann die Augenzeugen gefragt haben die Inspiration kann natürlich mit einer neuen Offenbarung einher gehen aber diese Offenbarung gehört nicht wesentlich zu ihr eine Kenntnis des Gegenstandes worüber der Schriftsteller schreibt kann er längst schon vorher empfangen haben und das auch aus natürlicher Quelle zum Beispiel wenn ja wie Lukas zum Beispiel die Mutter Gottes gefragt haben könnte wie das in Bethlehem war oder wie das damals in Nazareth war als der Engel erschienen ist dass sie ihm erzählt hat berichtet hat ist eine natürliche Quelle er brauchte keine eigene Offenbarung dafür es kann auch sein zum Beispiel ein Prophet der erst später seine Prophezeiung niederschreibt er hat diese Prophezeiung als einer übernatürlichen Quelle er diese Offenbarung erhalten aber als er schreibt in dem Augenblick hat er keine Neu- Offenbarung da hat er nur die Inspirations Gnade also die Schrift Inspiration ist eine gewisse Art der prophetischen Inspiration unterscheidet sich aber von ihr man kann sagen prophetische Inspiration im Allgemeinen das umfasst auch die Schrift Inspiration es ist einfach eine innere Erleuchtung eine übernatürliche Erleuchtung entweder für die Mitteilung einer neuen Offenbarung wie bei der eigentlichen Prophetie oder eben für die Abfassung einer Heiligen Schrift die Inspirations Gnade wirkt nicht nur auf den Verstand sondern sie bewegt auch den freien Willen da sie ja nur da nur dann wirklich Gott der Urheber ist der Entschluss zur Abfassung muss unter der beständigen Einwirkung Gottes gestanden haben dass der Schriftsteller eben diesen Entschluss so ausführt wie Gott es will dabei bleibt der Schriftsteller aber vollkommen frei Gott bewegt den Menschen von innen her vollkommen frei und da sehen wir auch wie die Inspiration allein durch Gott geschehen kann die Schriftsteller sie mussten sich nicht zwangsläufig dieser Inspiration bewusst gewesen sein wenn sie eine neue Offenbarung erhalten hatten dann ja und manchmal war es auch dass sie sich der Inspiration bewusst waren aber nicht in allen Fällen und es war nicht notwendig weil der Heilige Geist sie zwar erleuchtet hat was sie schreiben sollen aber sich nicht unbedingt selbst gezeigt hat nicht unbedingt als Lichtquelle selbst geoffenbart hat sie haben ja nur darüber geurteilt worüber sie schreiben sollen und dass es jetzt unter der Einwirkung des Heiligen Geistes war war ihnen nicht notwendiger weise selbst beruft ja und wie wir gesehen haben es ist kein mechanischer gebrauchtes sehr schön ist jetzt wenn wir die Stelle aus dem zweiten Petrus Brief noch einmal anschauen dort sehen wir nämlich wie theologisch präzise da Petrus spricht nicht durch eines Menschen Willen wurde eine prophetische Aussage hervorgebracht nicht durch eines Menschen Willen sondern vom Heiligen Geist getrieben also der menschliche Wille er war vom Heiligen Geist angetrieben haben von Gott her heilige Menschen gesprochen wir können abschließend uns die Frage stellen was ist die Inspiration also die Inspiration ist die der unmittelbare gnadenhafte Einfluss des Heiligen Geistes auf die Abfassung der biblischen Bücher wodurch die menschlichen Verfasser unter Wahrung ihrer Freiheit in der Wahl des Stoffes und der Art Darstellung auf angemessene Weise und irrtumsfrei das niederschrieben was Gott auf diesem Weg den Menschen mitteilen wollte und nun möchte ich wiederum mit einem Zitat des Heiligen Augustinus meinen heutigen Vortrag beenden der Heiligen Augustinus weist nämlich sehr schön darauf hin dass Gott auf menschliche Weise zu uns spricht indem er einen Menschen benutzt hat ein heiliges Buch eine heilige Schrift abzufassen hat er sich unserer Erkenntnisweise angepasst Gott spricht durch einen Menschen nach Menschen Art sagt Augustinus weil er auch durch solche Ausdrucksweise und Sucht und das ist sehr schön also Gott spricht zu uns wenn wir die Heilige Schrift lesen aber er spricht nach Menschen Art er nimmt den Menschen den Schriftsteller in seiner ganzen eigenen Art in Dienst um uns durch eine solche Ausdrucksweise zu suchen genauso wie Gott selbst Mensch geworden ist er hat eine menschliche Natur angenommen gerade jetzt in der Weihnachtszeit im göttlichen Kind äußerlich sehen wir ein Kind wie jedes andere er hat sich uns äußerlich völlig gleich gemacht und doch ist es der wahre Gott genauso sind es menschliche Worte die in der Heiligen Schrift stehen und zugleich göttliche Worte ist es also Gottes Wort oder Menschen Wort es ist beides Gott spricht durch den Menschen zu uns soweit für heute jetzt hat es leider etwas länger gedauert vergesst Gott für diesen sehr interessanten Vortrag bis jetzt gibt es tatsächlich gar keine Fragen ich glaube vielen geht es wie mir das muss man jetzt erst mal sacken lassen sind alle erschlagen oder ihre Beweisführung war perfekt so dass keine Fragen entstanden sind okay es kommt eine Frage rein und zwar kann es außerhalb der Bibel Inspiration geben eigentliche Schrift Inspiration nicht weil die göttliche Offenbarung ist mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen und es wird daher keine wesentlich neue Wahrheit mehr zur Offenbarung dazukommen wenn ihr wenn nach der Heiligen Schrift nach dem Abschluss der prophetischen Periode also der hinzubekommen neuer Wahrheiten noch eine zusätzliche Schrift von Gott inspiriert würde würde das bedeuten dass eine neue Wahrheit zum Glauben dazukommt nämlich die Wahrheit dass auch diese Schrift von Gott inspiriert ist das wäre eine neue Offenbarung dann kam die Frage rein ich kann es nicht genau Gregor der Große schreibt weder Quelle vielleicht kann die Frage nochmal ein bisschen konkretisiert werden derjenige der die Hand gehoben hat ah ok es ist die Frage was die Quelle war bei Gregor dem Großen die Quelle bei dem Beispiel mit der Scheibfeder das das Moralia in Job ich schau gerade nach Vorwort zu den Moralia also Moralia Privatio 1 2 ok ich weiß es nicht derjenige der die Hand hebt kann sich eigentlich laut schalten oder muss die Frage schreiben es kommt eine weitere Frage und zwar wie das mit sachlichen Fehlern zum Beispiel im Hebräerbrief denn ist Irrtumslosigkeit praktisch ist gemeint dass wir noch einmal ein ganz ein ganzer Vortrag können wir auch mal machen ganz kurz es die Irrtumslosigkeit bezieht sich auf das was der Heilige wofür der Heilige Schrittsteller sich verbürgen wollte was er aussagen wollte und deshalb kann sein zum ein ganz einfaches Beispiel wenn der Heilige Schriftsteller sagt ja am Morgen ist die Sonne aufgegangen dann will er damit nicht sagen dass die Sonne sich um die Erde dreht sondern er will nur sagen dass eben Tag geworden ist so wie wir auch sagen am Morgen geht die Sonne auf das ist der Unterschied hier ich kämpfe immer noch damit dass derjenige sprechen kann der sprechen möchte geht es jetzt Simon hört man mich ja jetzt meine Frage geht auch in die Richtung der letzten Frage also zum Beispiel ist es ja so dass in der Beschreibung vom Abendmahl dann irgendwie so zeitliche Versetzungen drin sind also man anders zum Beispiel so dass ein Hase als Wiederkäuer bezeichnet oder sowas dann könnte man wie sie eben sagen gut das ist ja definitiv nicht die Aufgabe der Bibel irgendwie naturwissenschaftlich genau alles zu beschreiben wie es ist aber dann gibt es ja zum Beispiel die Frage hat Judas kommuniziert oder hat er nicht und dann ist es ja zumindest so wenn man es als Laie liest entsteht da teilweise ein scheinbarer Widerspruch wenn man jetzt zwei Evangelien nebeneinander legt ich weiß nicht mehr genau welche beiden das sind warum also könnte man ja fragen warum lässt der Heilige Geist sowas zu oder warum sorgt er nicht dafür auch wenn er nicht will dass jetzt alles naturwissenschaftlich exakt korrekt ist also zumindest so dass kein Fehler drin ist irgendwie ja weil die weil sich gerade das was wir am Schluss gesehen haben Gott er passt sich den Menschen an er passt sich auch der menschlichen Auffassung an um ja um verstanden zu werden um um seine Botschaft und es eben gerade weil es Gott nicht auf diese Details ankommt die die er eben nicht durch die Heilige Schrift lehren will ja ob der Hase ein Wiederkäuer ist oder nicht das ist dem lieben Gott völlig egal und auch dem Heiligen Schriftsteller das was er sagen will er er nimmt einfach die allgemeine Meinung der Menschen ohne zu sagen die allgemeine damalige Auffassung ohne zu sagen ob die richtig oder falsch ist und jetzt zum Beispiel bei Judas im Abendmahlssaal dort gibt es noch weniger einen Widerspruch weil es ist gar nicht klar gesagt wann und wie und wo Judas gegangen ist sondern es wird einfach vom Abendmahlssaal gerichtet von diesem Geschehen es werden Berichte von allem was sich da zugetragen hat aneinander gereiht ohne dass die in absolut haargenauer chronologischer Reihenfolge sein müssen das ist auch nicht was die Heiligen Schriftsteller unbedingt sagen wollen das hat sich jetzt genauso in der chronologischen Reihenfolge genauso zugetragen und deshalb ist das auch kein Widerspruch sie berichten sie berichten alle das gleiche im Gegenteil ist es sogar eigentlich ein Zeugnis für die Glaubwürdigkeit die Authentizität dieser Augenzeugen berichte wenn nämlich alle haargenau das gleiche also wirklich bis ins Detail gleich beschreiben würden ja dann müssten da müsste man eher annehmen müsste man eher auf den Gedanken kommen ja da ist vielleicht etwas manipuliert etwas gefälscht worden oder der eine hat vom anderen abgeschrieben aber gerade so war es nicht also diese kleinen unterschiedlichen Unterschiede in der Darstellungsweise geben uns eigentlich eine umso größere Sicherheit dass diese Berichte ganz authentisch sind dasselbe Ereignis wo zwei KJBler dabei sind beide werden das ein klein wenig anders beschreiben und beide werden es absolut richtig beschreiben was sie selber gesehen haben ist kein Widerspruch Ja vielen Dank Dann kam noch eine Frage rein ich lese mal kurz vor würde aber selber noch was dazu sagen wie konnte man entscheiden welche Schriften von welchen Verfassern inspiriert sind und welche nicht es gab ja auch Schriften die vom Kanon ausgeschlossen wurden zum Beispiel das Jakobus Evangelium an der Stelle möchte ich kurz Werbung machen es gibt in zwei Wochen den nächsten Vortrag und da wird es genau darum gehen um die Apokryphen also wer sich dafür auch interessiert darf gerne einschalten aber sie dürfen gerne auch noch ein paar Worte dazu sagen Ja das ist auch eine sehr sehr interessante Frage die natürlich eng mit unserer zusammenhängt aber jetzt nicht ganz zum heutigen Thema gehört hat deshalb habe ich sie nicht so ausführlich behandelt aber die Prinzipien zur Beantwortung der Frage sind eigentlich schon am Anfang gegeben worden also welche Schrift inspiriert ist kann man letztlich nur durch das Zeugnis Gottes wissen aus der Schrift haben wir keinen Kanon also keine Liste welche Schrift inspiriert ist welche nicht deshalb müssen wir uns auf die mündliche Überlieferung stützen und die mündliche Überlieferung ist also eben dort gibt es dann die Zeugnisse die sich dann schriftlich niederschlagen bei den Kirchenfeldern es gibt Schriften die sind von Anfang an unzweifelhaft als inspiriert bezeugt und dann gibt es Schriften wo es gewisse Unsicherheiten kam und die also wo zum Beispiel manche Kirchenväter eher für die Inspiration waren einzelne vielleicht ein bisschen Bedenken hatten oder nicht ganz sicher waren und so weiter und das eben das war dann die Aufgabe der Kirche diese Frage zu klären aus eben die Kirche hat ja den Beistand des Heiligen Geistes dann die Offenbarung getreu zu bewahren und sie getreu auszulegen und deshalb können wir dann nur durch das endgültige Urteil der Kirche wissen welche Schriften von der mündlichen Offenbarung auch dann als inspiriert bezeugt sind ja vergesst Gott dass sie ihr Wissen mit uns heute Abend geteilt haben wir sind jetzt tatsächlich am Ende auch der Fragen angekommen und würden sie noch um den priesterlichen Segen bitten ja sehr gerne ja es hat mir sehr Freude gemacht ich möchte mich auch bedanken für die Aufmerksamkeit ja und zum Abschluss kann ich alle nur sagen wie diese eine Stimme dem heiligen Augustinus gesagt hat tolle Lätschel nimm und lies